Wann waren wir hier noch nicht? Doch, da haben wir noch ein bisschen mehr hergekommen. Was? Morgen Jungs! Und Mädels! Hilfst du mich gerade nach? Ne, das stimmt eigentlich. Wir haben ja in unserer Statistik geguckt, dass wir, wieviel, 20%? Circa, ja. weibliche Zuschauer auf dem Kanal haben. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass es zu viele sind. Also ist die Aussage berichtigt. Ja. Jukka, du bist nicht die Einzige. So, Kita? Ne, Jukka, wir machen heute mal wieder eine Random Map. Von SCP Containment Beach Versionsnummer 091. Sag das nicht so. Hattest du nicht die Idee gehabt, dass wir unsere Videos, bevor wir anfangen zu spielen, vorstellen? Spiel. Zuschauerfrage. Dann lese ich die mal in nicht chronologischer Reihenfolge vor. Der Gamer36 schreibt, welche Map, die euch zugesendet wurde, war für euch am besten? Und wie ihr sagt, ja, ich mag sie alle und alle sind gleich gut. Ja, ich mag sie alle und alle sind gleich gut. Ne, ähm, ehrliche Antwort. Die vom Alex B., oder? Die allererste. Die allererste. Und zwar nicht wegen der Map eigentlich, sondern... Wegen Alex B.? Wobei, die Map... Was? Nicht wegen der Map? Was? Ne, pass auf. Die Map war schon mal nicht verbuggt zumindest, aber dafür können die, äh, die Zuschauer ja im Prinzip nix. Wegen den Map-Pray der Bugs. Da hat der Alex B. auch mittlerweile einen Kommentar gepostet, wegen dem Electrical Center, dass er scheinbar ein bekannter Bug ist. Aber... Was soll ich jetzt sagen? Die war aber auch fast wie eine Randomer, muss man sagen. Ja, also sie war nahezu bugfrei. Ich kann mich zumindest an keinen Bug erinnern. Und wir hatten das Ereignis mit dem Mountain Fox direkt am Anfang, wodurch wir erschrocken sind. Und erst mal rätten, müssen wir an denen vorbeikommen. Und dann, als wir es geschafft haben, hat er den, das SCP-173 sogar contained. Und das haben wir bis dahin eben noch nicht gesehen gehabt. Und deshalb fand ich die erste Alex B. Map am besten. Wow, what the f... Ah, jetzt haben wir ihn gesehen, man. Ja, er muss schnell raus, sonst... Ich glaub, der kommt nicht. Ne. Das war der Housemaster, Leute. Wer sagt eigentlich, dass das der Housemeister ist? Der sah aus wie der Janitor. Der sagte, I am the Housemaster. Ich war im the Housemaster. Ja, okay, jetzt kommt dieser Name. Äh, apropos Zuschauerfragen. Ja, genau, sag das mal mit den Hashtags. Ihr könnt jetzt auf YouTube... Oder ich weiß, das geht schon länger. Ihr könnt auf YouTube dann... What the f... Hashtags? SAP-173-can-fly! Hashtags! Könnt ihr Hashtags machen und wenn ihr uns eine Frage stellt, dann... Macht doch bitte den Hashtag Zuschauerfrage. Am Anfang des Kommentars, in Großbuchstaben. Oder Indem, das reicht eigentlich, wenn es im Kommentar steht. Ja, aber das ist für die... Ästhetik. Okay, okay. Hashtag Zuschauerfrage und dann in den nächsten Teil dann eure Frage. Dann können wir die besser zuordnen und archivieren. Und wir verhindern Hashtags. Genau, und dann werden sie mir genauso mainstream wie andere soziale Netzwerke. Gut, so. Ich geh rechts lang. Perfekt. Gefällt mir im Moment am besten. Ja, kann eigentlich noch nicht. Ich hab die Tür jetzt hinter mir offen gelassen, ich weiß. So, blink. Achtung, steht da. Was ist denn los? Immer hochgucken. Ah, ich weiß, wenn man hochguckt, dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Ja. Aber das ist trotzdem einmal passiert. Ja, das war... Ich schwörs. Ja, da war ich dabei. Aber das passiert nicht mehr, glaub ich. Das wurde gefixt. Schade, oder? Das fand ich lustig. So weit ist denn lustig. Oh! Der Drink geht ab. Der Getter ab. David Getter. So, das war groß. Das war aber merkwürdig. Ach, die Schmerz. So. Navigator. Äh... Dann schauen wir doch mal. Da könnte... Der Tod auf dem Smarten. Rein vorthin. Schätze ich. Ja. Okay, der da. No, geh doch nicht rein. Ich mag den. Den haben wir in den letzten Episoden gar nicht mehr gesehen, oder? Obwohl wir da drin waren. Echt? War mir da drin? Ich geh da nicht rein. Ich hab den schon ewig nicht mehr gesehen. Ich hab den schon ewig nicht mehr gesehen. Das ähm... Das Schild, wo da hängt, ist auch gut. Weil da siehst du ja nichts. Ja. Der ist zu schnell zum... Was war das? Da hat irgendwie jemand getweetet. Wird auch ein Hashtag verbindet wahrscheinlich. Da kann man jetzt sterben, musst du aufpassen. Das ist bisher nur einmal passiert, aber seitdem hab ich Respekt. Zweimal drin. Und es kann der Schwarze kommen. Zweimal. Ja. Einmal sind wir gestorben beim zweiten Mal. Da hatte ich eine Ahnung gehabt, dass da hinten, die dahinter ist. Und wieso auch immer. Aber ich hab sogar die richtige Richtung gewusst. Hab ich geblinsen, dann kam der dann von da vor. Was hab ich das geschafft hab? Zufall? Glück? Wunder? Wunder? Wunder. Schöne, das war dann. Scheint safe zu sein. Du musst die nicht immer erkunden, diese... Doch, ich erkunde die jetzt. Die sind echt unnötig. Okay, da geht's in die nächste Saison, ne? Ja, okay. Sind wir voll weit. Aber haben keine Karte, wo wir reinkommen. Ja, ich hab auch eine Kreuzung ausgelassen, glaub ich. Mit Sicherheit. Da, wo ich rechts lang bin. Da, wo ich rechts lang bin. Da war gar nicht das Event, wo der... Oder war das da? Ja. Hä? War ich da schon? Äh... Ja, da war Sakas, okay. Da müssen wir jetzt hin. Richtig? Ich hab keine Ahnung. Schau's aus. Richtig. Stimmt schon. Richtig. Was geht da ab? Das ist nicht da rum, okay. Oh, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Bluter Raum, Bluter Raum. Du, 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 du. Ich bin so blöd. So, wenn wir trotzdem noch da hingehen? Nein, ne? Gerne alles. Wie ist das denn? das war die blöde ist der erfindung von dem von dem entwickler hier dass das deaktiviert dass die items übereinander fallen kann man kann doch auch diese diesen bereich einschränken das ist doch behindert ich finde das scheiße als ob es in ein tonenloch reinfällt da drin liegen sie ja auch wieder übereinander so geht es hier nicht weil das scheiße ist so genug geschickt stammt nein ich habe dünge gemacht und zwar ein zeit mal machen ich weiß jetzt wissen wir dass es geht es ist vielleicht egal was man macht scheinbar ich weiß nicht wie der entsteht überhaupt das wird wahrscheinlich genau umgekehrt dass die andere karte jetzt eine mastercard wurde könnte es vielleicht an der hardware liegen weil vielleicht ich weiß nicht ich schau keine anderen sap videos an aber kommt da auch der mauspack ich glaube wir haben das mal die zuschauer gefragt und haben sie gesagt oder ein paar zumindest oder einer ich weiß nicht dass er das auch hat an der stelle noch mal eine frage an euch habt ihr auch diesen mauspack dass die maus plötzlich ohne dass ihr sie bewegt so macht sag mal das gibt es noch nicht sag mal das gibt es noch nicht da ist hier die kick halt einzeln sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut das wird nichts das war schwer das im mauspack nicht schlimm heute das ist ein bisschen ich mach die beiden jetzt auf 1 zu 1 so vielleicht gehts ja dann aber theoretisch reicht eine level 3 karte aus mit der kommen wir nämlich in stp 106 in die containment chamber und da befinden wir eine level 4 karte mit der level 4 karte können wir an das büro wo die johns drin liegen dort bekomme ich eine level 5 karte verstehst du so nimmt das nämlich seinen lauf das ist fucking awesome jetzt mach ich die nämlich hier mit fein fein dann mach das und dann sage ich nicht wie sonst immer ich kriege den hals nicht voll und probiere es weiter bis ich eine omni card habe wow du lernst dazu ich meine wir können die part natürlich auch rausschneiden aber wir wollen ja auch dass es hier weiter geht das ist deine option eigentlich ab jetzt machen wir progress so und zensiert unbeschnitten zippe jetzt unser gameplay ich bin nämlich contra rausschneiden gegen beschneidung wie ist das kennst du das video wo sie so Rentner auf der straße gefragt haben ob sie für oder gegen irgendwas sind nein dann sagt er dafür achso contra ja genau contra soll das gewesen sein bei tv total oder was ich weiß es nicht mehr aber ist auf jeden fall ziemlich lustig ja genau contra hört sich typisch tv total an oh da ist ein loch oder ah hat sich gedreht ist wieder zurückgelaufen ne er ist durchgelaufen nein der hat sich gedreht ist zurückgelaufen der hat einen 360 gemacht einen 360 hat er gemacht plötzlich gedreht komplett und dann ist er da weiter auf den händen ja so wo gehts lang leute erstmal nach rechts da ist eine sack eine bag gas was heißt gasse was heißt winkelgasse ich nehme das wort für gasse ja aber ob die dann das wirklich eins zu eins übersetzt haben irgendwie geht es nur um das wort gasse ja vielleicht heißt es im original einfach street und dann ist es dass es besser sich angeht halt mit gasse übersetzt worden wobei winkelstraße mein sack ist back back also mit einer 3karte kommen wir nicht ins warhead silo weil bei der nächsten möglichkeit sollten wir schalter triggern damit wir das alternative ende bekommen wenn es wieder kaputt gemacht hat ganz kaputt gemacht hat oh guck mal Nils oh mein oh mein oh mein das ist wie die zielab"? aus dem türen woooooooo woooooooooo tfck is ok ah, sind wir jetzt bei dieser glöcke? nicht mal der marie pan der engländer ist konnte diese schrift entziffern weil es so eine saukraue ist das kann man nicht lesen doch brauche oder camera hallo ist aktiviert und wieder zum text eingeblendet werden we will now have hallucinations shall we do it yeah okay come on let's do it let's do this so ich gleich wieder hoch ja bitte oder soll ich die pille holen habe keinen bock dass es anfängt zu grinden vorbei gelaufen musste eben gelaufen oder war das erste die erste ich will die pille haben nein willst du nicht da drin bist du gearscht die mastercard vielleicht die als nächstes du bist die nächste war da war der andere nein es müsste doch die halus kommen der war denkt dann du kannst sie nicht abhängen wenn du wartest ok du musst da so lange ruhen haben wir zu oft genug mitgemacht oh nein wo nein ja hinter dir wahrscheinlich ja hinter mir war ich jetzt tot oder denn es dauert halt noch scheiße oh hä I don't get it wir leben noch man meine teorie war gerade eben dass der durch das modell vom sdp106 gekockblockt wurde ja und hinter dem hinterher gegrindet ist quasi oder weil er nicht vorbei kam ob das geht hm ok wir müssen jetzt diese burnt note finden nein nein ja warte ich würde links die burnt note zu finden ist ja auch ein event oder ein achievement besser gesagt und dort drin steht auch angeblich auf dem wand da drinnen in dieser note steht angeblich ein code für das doctor's office entweder der aber es gibt auch in der real world gibt es auch so eine ja nachts am aufzug und note nee 1966 hätte er noch nie gesehen Dr. Maynard 1966 merken 1966 ist vielleicht sein geburtsjahr der war sehr einfallsart ich war so tot was ist los ich glaube ich bin tot ich laufe weiter da schau du musst weiterlaufen komm wieder ins real life ne ich bin tot ne ich bin tot ne scheiße da ist kein cause of death ja über komisch ja ja gut also wir haben jetzt einen neuen doctor's code 1966 einprägen schickt uns weiter zuschauer fragen mit dem hashtag und ansonsten würde ich sagen live streamen demnächst mal würdest du sagen wieder ja können wir mal anpeilen so mittelfebruar nicht nächstes wochenende sondern übernächstes hätte ich jetzt mal gesagt weiß ich nicht weiß ich nicht so festhalten das weiß ich nicht das klappt schon aber wir machen auf jeden fall nicht so ein normales video und dann auf jeden fall spätestens dann ist der beschadet stop hiding ist ok hashtag hashtag bisschen fail scheiße wir verbrennen hashtags bis zur doppel sagt meine schwester immer bisschen fail die alte tusse so ok ja dann ah ja warte gleich kommt schau's nicht yuka schau's nicht genau da war noch was ja du wolltest doch wissen wie wie äh das genau heißt boku weil ich weiß es echt nimmer ich glaub die hießen alle irgendwie irgendwas mit boku sind ja drei teile und boku dann kommt irgendwas japanisches oder so halt in druckbuchstaben aber irgendwas ich sag nicht was japanisches boku ist ja auch japanisch was weiß ich du sollst einfach nicht schauen nee du schaust nicht bitte das ist einfach nur verstörend und falsch und ich weiß nicht wenn du schaust schaust alleine am besten hahaha judicial das war's für heute erst mal bis zum nächsten mal jawohl tschö Bis zum nächsten Mal.